Das Campo im Siegendorfer Einkaufszentrum Intro mit Spezialitäten für jedermann. Im Campo, da kann man sich wohlfühlen nach dem Einkauf, da kann man abschalten oder ein gutes Eis essen. Das Campo ist ja der Eiskreisel Nummer eins des Burgenlandes im Einkaufszentrum Intro und es wird bei denen dieses Spitzenspiel. Ein, so hoffen wir alle, Ende der Corona-Zwangspause macht es nach langer Zeit möglich, dass es wieder zu Pflichtspielen im Fußball-Burgenland kommt. Und damit zum Ehrenankeck durch Landtagsabgeordnete Stenger beim Spiel der ersten BV Cup-Runde im Siegendorfer Swettersportpark. ASV Siegendorf in Rot gegen den SC Eisenstadt neu. Da treffen viele Jahrzehnte Traditionen aufeinander. Siegendorf, seinerzeit in der Staatsliga B, aber auch Namen aus Siegendorf, wie etwa Alfred Eisele oder Tome Baritz, schrieben etliche Kapitel österreichischer Fußballgeschichte. Der und Eisenstadt, das war der Klangkörper oder das Flaggschiff der Burgenländer in der Bundesliga. Anfangs merkt man den Unterschied zwischen der Burgenlandsliga und der zweiten Klasse, wo die Hauptstädter nun einen Neubeginn starten, nicht. Da geht Siegendorf durch Neuerwerbung. Ivan Kovacic in Minute 19 mit 1 zu 0 in Führung. Doch dem SC schockt das gar nicht. Jetzt Augenblicke danach durch den Ex-Siegendorfer Alex Kampic, Kevin, Kuzolic und Co. gibt es eine weitere Chance, aber sie verstolpern diese Möglichkeit. Daher 1 zu 0 der Pausenstand. Bleiben Sie dran, das ist keine Werbeunterbrechung. Das ist nur ein Hinweis. Ein Hinweis, wie rasch und günstig Sie Ihr Auto, übrigens egal welcher Marke, wieder flott kriegen. In der Autoklinik Peter auf dem Gelände der Zuckerfabrik in Siegendorf. So und nach diesem Hinweis geht es dann weiter mit Hälfte 2. Nach der Pause aber wird der Klassenunterschied deutlich. Da geht es Schlag auf Schlag. Bereits in Minute 48 das 2 zu 0. Lukas Secco mit der auffallenden Rücken-Nummer 33 ist der Schütze. Bin ein Sekunden später schon Tor Nummer 3. Ähnlich wie bei der Euro gibt es auch in Siegendorf solche kaum vermeidbaren Eigentore. Matthias Kuzolic, der Abwehrchef und Kapitän des SCE und dessen Kollegen sind hier machtlos. Das 3 zu 0 gilt. Und weiter geht die Torparade. Durch den eingewechselten Tomislav Ivanovic, dem zu Ehren seines Präsidenten Peter Grenmayr die Tore 4, 5 und 6 gelingen. Das 4 zu 0 in der 58. Minute. Gut gemacht. Dann das 5 zu 0, 12 Minuten später. Und schließlich noch das 6 zu 0 in Minute 79. Das halbe Dutzend ist voll verkündet. Platzsprecher-Ikone Wolfgang Sorge. Der und auch er kommt erst später ins Spiel. Siegendorfs Fußballgott, wie er dort genannt wird. Ihm gelingt sechs Minuten vor Ende der regulären Spielzeit. Das 7 zu 0. Das 7 zu 0 also durch Florian Frithum. Die Reds wollen es zweistellig und probieren es. Dabei muss man aber den Ex-Wattersburger alle Schöner zu voll bringen. Zum Leidwesen des SCE im Strafraum. Und der Gefaulte tritt selbst zur Exekution an. Ja und drinnen ist der Ball. Im Eisenstädte-Gehäuse. Minute 86. Das 8 zu 0 also. Dann setzt noch einmal Seko nach. Sein zweiter Treffer in dieser Cup-Runde bedeutet das 9 zu 0 für den ASV Siegendorf. Nach dem Ausgehen der Flutlichter gibt es freudige, aber auch lange Gesichter. Rolli Wissach stand seinerzeit als Spieler in den Reihen erfolgreicher Eisenstädter. Heute steht er am Rande des Spielfeldes als Trainer einer jungen Eisenstädter Truppe. Und meint? Ja, es ist ein Wunsch immer gewesen. Einen Abschluss der Messe Eisenstädter als Trainer vor allem zu machen. Jetzt noch der 9 zu 0 Niederlage ist es ein bisschen schwer die richtigen Worte dazu zu finden. Weil ich muss ganz ehrlich meiner Mannschaft vor allem erste Halbzeit ein großes Kompliment aussprechen. Wir haben uns taktisch gut eingestellt auf den Gegner, haben die Räume gut schließen können. Uns war bewusst, ich zeige jetzt einmal, dass uns irgendwann die Kräfte ausgehen. Danke. Genauso wie mir. Ich habe alles gegeben, auf der Seite eingeteilt. Aber jetzt gleich nach dem Match, muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich ein bisschen enttäuscht, weil aus meiner Sicht die Niederlage eine Spur zu hoch war, weil wir Eigenfehler produziert haben. Wir haben es den Gegnern viel zu einfach nachher gemacht. Aber ja, aus dem können wir nur lernen. Es ist keine Schande gegen Siegendorf, die eine super Truppe hat. Vor allem in der Offensive, 9 zu 0 zu verlieren. Aber trotzdem tut es mir weh, weil er ja kein einziger Trainer bin und eine gute Mannschaft hat. Und ja, wichtig ist die Meisterschaft. Wir fokussieren uns natürlich auf die Meisterschaft, die beginnt nächste Woche. Und wir hoffen, dass wir aus diesem Spiel auch unsere Lehren ziehen können. Josef Kühlbauer, Chefcoach der Sindorfer, Star-Truppe freut sich zwar über das 9 zu 0. Allerdings blickt er lieber in die Zukunft. Viele Stars sind jetzt weg, wurden ersetzt durch unbekannter Spieler. Wie sieht man das jetzt so? Wie kommt man damit zur Hande? Sehr gut kommen wir zur Hande damit. Wir sind eine zusammengeschweißte Einheit geworden und im Großen und Ganzen bin ich sehr zufrieden, dass es so gekommen ist, wie es ist. Der Oberfeld natürlich hinten. Ja, wir haben ins Torhüter verbunden. Wir haben zwei sehr gute Innenverteidiger geholt. Also das sehe ich nicht so. Und das 9 zu 0 bringt natürlich Auftrieb jetzt für die nächste Cup-Runde gegen die Kirchner. Obwohl das ein ganz anderes Spiel ist, das wissen wir. Aber trotzdem, jedes Tor bringt natürlich ein bisschen Selbstvertrauen. Das können wir sicher am Dienstag gebrauchen. Und wir wollen dort natürlich auch gewinnen. In der ersten Hälfte hat man ein bisschen Schwierigkeiten gehabt. Die Eisenstädter sind nicht schlecht gestanden hinten. Aber in der zweiten Hälfte war natürlich Siegendorf der Dominator. Ja, und auf jeden Fall. Also in der ersten Hälfte haben wir auch viele Chancen gehabt. Da haben wir uns nicht reingemacht. Die zweiten haben wir dann immer mehr müder geworden. Da haben sich sehr viele Fehler hinten gemacht. Aber das ist halt so beim Spiel. Wenn man dem Ball lange nachläuft, macht man sehr viele Fehler. Herr Präsident Krennmayer, in Siegendorf ist immer was los. Und zwar das letzte Mal abgesagt natürlich das Cup-Spiel. Heute wieder Cup, aber BV Cup gegen Eisenstadt. Gegen Eisenstadt neu. Eine Mannschaft, die sich neu reformiert hat, die seinerzeit natürlich auch ganz groß war. Jetzt aber ganz unten wieder begonnen hat. Siegendorf ist auf dem Weg nach oben. Wie hat man das Spiel jetzt als Präsident gesehen? Die Stimmung war toll. Es war etwas, wie gesagt, wieder los in Siegendorf. Na Gott sei Dank gibt es die Partie wieder Siegendorf gegen Eisenstadt. Kann man den Eisenstädtern, die quasi die Wiedergeburt des ESC Eisenstadt gemacht haben, nur gratulieren. Sind wir froh, dass es solche Leute noch gibt, die so einen Traditionsverein wiederbeleben. Und ich kann ihnen nur alles Gute wünschen. Und dass sie in Zukunft vielleicht ein paar Klassen höher hinauf kommen. Und dann werden wir uns irgendwann wieder mal sehen. Siegendorf hat jetzt abgespeckt, sind einige prominente, bekannte Spieler weg. Aber einige andere dazugekommen. Wie sieht man jetzt das? Wird das ausreichen für die Landesliga, für die Meisterschaft? Ausreichend auf alle Fälle. Also wir sind genauso ein Favorit mit drei, vier anderen wie immer. Wir haben ein bisschen Verjüngung gemacht. Wir haben sehr viele Akademiespieler aus der ehemaligen Mattersburger Akademie. Wir legen halt darauf, dass viele aus der Region sind. Wir haben glaube ich 13 Spieler, die aus dem Bezirk Eisenstadt, Pattersburg oder aus dem Burgenland sind. Dazu ein paar gestandene. Also es ist eine gute Mischung, sage ich jetzt einmal so. Und wir sind sehr guter Dinge. Die Stimmung ist prächtig. Alle sind bis auf Kleinigkeiten fit. Also wir warten schon auf den Neustart der Burgenlandliga. Top Aqua. Das bessere Wasser für Mensch und Tier. Für meine Kicker nur das beste Wasser. Wasser ist das allerwichtigste Element in unserem Leben. Ohne Wasser können wir nicht existieren. Weder Mensch, noch Tier, noch Pflanzen. Wir von Top Aqua haben hier hervorragende Möglichkeiten geschaffen, um das Wasser vitaler, auch Leitungswasser, auch Brunnenwasser, wieder in den Zustand von ursprünglichem Fehlwasser zu versetzen. Musik